Herzlich Willkommen zur 152. Folge vom Kerbel Space Programm. Gut, ne, wir müssen jetzt mal ganz kurz wieder hier hin ausrichten und dann gucken, dass wir, oh, das ist jetzt, Falltasten sollte man die richtigen bedienen und nicht daneben klicken. So, und da oben ist jetzt unser Ziel und da müssen wir jetzt drauf hinzufliegen, ne? Oder wie war das? Aber Target ist schon ausgewählt, sonst würden wir es ja nicht sehen, ne? So, dann mal da hin. Äh, ein bisschen was sehen können. So, 2,7 Kilometer, jetzt wird es schon wieder mehr. Jetzt müssen wir natürlich dann mal gucken, dass wir da hinkommen. Äh. So, gleiche Bahn kriegen. So. Okay. Jetzt wird es wieder weniger. Wir nähern uns der ganzen Geschichte. 2,8. So, 2,7. Ich glaube, wir sollten mal jetzt nicht mehr Gas geben. Ich hoffe, dass wir den nochmal einfangen, den Kollegen. Da hinten ist er. Äh, 200 Meter. Äh, das funktioniert jetzt nicht so wirklich, wie ich mir das vorstelle, ne? Muss ich mal heran suchen. Äh, ja. Wo ist er hin? Da. Okay. Und ich bin immer noch auf dem Trip, dass ich nicht ihn ins Visier nehme, dahin fliege. Das bringt mir überhaupt nichts, weil ich steuere da doch anders. Jetzt gehen wir immer weiter weg, ne? Das bringt mir gar nichts, ne? So, jetzt anvisieren vielleicht. Meine Flugbahn, seine Flugbahn passt. Übereinander. Warte mal, da müssen wir noch ein bisschen korrigieren. So, jetzt müssen wir nur schneller werden dann wahrscheinlich, ne? Nee, das ist jetzt verkehrt. Ich sehe ihn doch vor mir. Warum klappt das jetzt nicht mehr? Da hinten, das sieht gut aus. Und da? Hm, sieht fast gut aus. Okay. Wenn ich jetzt den da anvisiere, ne? So. So mache und nimm Gas gehe. Was passiert dann? Jetzt sehe ich hier komischerweise eine andere Zahl wie eben. Oder vertue ich mich jetzt? Oder war ich eben langsamer wie er? Deswegen klappte das nicht. Wahrscheinlich, ne? Okay, alles klar. Dann wollen wir das mal so machen, ne? Okay. Ja, jetzt kommt es auch dann wieder näher. Ich glaube, wir waren eben viel langsamer wie er. Das war unser Problem, ne? Kann das sein. Gut. Dann würde ich sagen, richten wir jetzt mal unsere Rakete gerade andersrum aus, damit wir irgendwann gleich abbremsen können, oder? Obwohl, erstmal nochmal ein bisschen beschleunigen, damit wir schneller sind, schneller zu ihm kommen. Das dauert ja sonst ewig, ne? So, passt. So, jetzt geht das auch ein bisschen schneller runter, glaube ich. Auf die andere Seite. Zum Abbremsen dann, ne? So, da wäre es dann. 3,3 Kilometer, 3,2. Okay. Wir nähern uns wieder an. Passt. Würde ich sagen. Wir müssten jetzt noch ein bisschen hier korrigieren nach, ne? Ist das so richtig dann, oder geht er dann weiter weg? Ne, dann geht er weiter weg. Das heißt, wir müssen noch weiter nach da korrigieren, wenn... Tut's aber irgendwie nicht so richtig, oder? Die Idee gut, aber der Versuch falsch, oder wie ist das? So, 18, 17, 16, 15, ja, wir müssen aber noch näher kommen. Also nicht mehr mehr brennen, ne? Aber wir sind jetzt auch schon ziemlich übereinander, ne? Das sieht ja mal gar nicht so schlecht aus. Jetzt kommen schon die tausende von Metern. So. Dann nochmal brennen. Und rausrichten. So, ungefähr. 800 Meter. Okay. Das macht jetzt einen guten Eindruck, ne? Wir können jetzt in der Zeit mal das machen, was wir immer machen wollten. Die mal ausfahren, ne? Da ist auch noch eins. Und da ist das dritte. So, dann... haben wir das schon mal. Das war ja eins unserer Ziele, das wir dann nicht vergessen dürfen. So, dann müssen wir ein bisschen korrigieren. Ich glaube, wir müssen noch da korrigieren. Okay. Und... Das ist noch da oben noch. Und... Hunderte von Metern haben wir jetzt. Ich glaube, es war jetzt nicht so ganz passend. So, jetzt sind wir wieder in seiner Flugbahn unterwegs. Denke ich mal... Oh. Ich glaube, wir müssen mal gerade... Das etwas langsamer angehen lassen, weil wir crashen gleich da rein, ne? Wir kommen noch näher, das heißt... Wir müssen noch mal korrigieren in diese Richtung. So. Weiß ich jetzt nicht. Ne, das war falsch. Aber 20 Meter ist natürlich schon top, ne? Brauchen wir gar nicht drüber reden. Hier so hin. Ich glaube, hier so hin, ne? Hm. Okay, wir nähern uns jetzt. Auf jeden Fall. Wenn wir das jetzt noch auf 0 kriegen, wäre natürlich das Coolste überhaupt, ne? Jetzt wird's mehr... ...oder schlecht. Oh, jetzt wird's zu viel. Das war falsch. Wir entfernen uns von ihm. Oder? Ne, jetzt wird's wieder näher. Okay. Da ist er auf jeden Fall. Jetzt werden wir ganz kurz hier... Target Adventure Craft. Sind wir jetzt... Target Adventure Craft? Ich möchte nicht Target Adventure Craft. Ich möchte jetzt da... ...auswählen. Und das geht jetzt irgendwie nicht gerade. Aber hier ist doch die Tür, oder? Sehe ich das falsch? Ah, jetzt hat's geklappt. So, Space, let's go. Aber ich muss erst mal sehen, wo unser Raumschiff ist, damit wir da rüber finden, ne? Da. So, dann let's go. Rucksack auf jeden Fall anmachen, sonst funktioniert das nämlich nicht. Und... ...und... ...ist im Vorran. Okay. Okay. Kriegt er das so hin? Weiß ich nicht. Mal gucken. Helmkummer habe ich eigentlich angemacht, aber bin mir nicht sicher, ob sie an ist. So. Jetzt ist die Frage, wo er da einsteigen muss. Ja, das sieht gut aus. Äh. wir entfernen uns gerade ja, einmal ausrichten, wie war das ja hoch so das ist jetzt nicht zu schnell zu nah daran erkommen ich kriege ich das männeken noch gedreht das ist nur eine gute frage also alles klar das problem ist gleich ist die sonne weg, das ist unser größtes problem wir müssen definitiv nach links rechts ja wie weit sind wir denn noch weg, jetzt sind wir glaube ich ziemlich nah gleiche geschwindigkeiten, nahe ist was anderes näher ran ok fangen wir jetzt die helmkamera mal an ich glaube die helmkamera geht gar nicht an light ist wieder falsch, geht das hier mit ok damit geht's gut bisschen höher gut bisschen vor das panel ist direkt vor unserer nase bisschen tiefer, bisschen höher und board grab passt und dann board gut den haben wir schon mal erwischt und das ist also einer mehr in unserem dingens kleinen bereich jetzt müssen wir nur schauen dass wir natürlich dann das nächste ziel kriegen wir müssen ja zweier retten äh target können wir jetzt ausmachen gehen wir auf orbit nee add manöver falsch ich wollte hier erstmal gucken war das martha die wir holen müssen ne ich glaube martha war das nicht oder er 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 ist hier der die oder wer aus immer ist ist unser neues ziel dann so zu er er genau gut das bedeutet wir müssen dann als nächstes diese person hier oder ja sagen wir mal diese person retten das ist unser nächstes ziel das dann zu schaffen gut okay dann bedanke ich mich aber erstmal recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss